Ein verschmierter, leerstehender Kiosk verärgert seit einem Jahr die Neuplanitzer. Das Objekt befindet sich an der Ecke Marschlewski-Straße, Ernst-Grube-Straße. Im Juni vergangenen Jahres hatte TV Westsachsen darüber berichtet, nachdem sich Zuschauer an die Redaktion gewendet hatten. Passiert ist seitdem nichts. Die Besitzer sind nach Angaben der Stadt insolvent. Nun muss die Verwaltung das Grundstück beräumen für 7.500 Euro. Die frühere Imbissbude soll bis Mai verschwunden sein.